es muss mit zurückarbeiten der gedankens herr jogen und maxwell mit dem safe jetzt in die andere richtung ohne holzen reinholzen zieht er ab der spring durch den verteidiger und dann geht er ihn durch die hosenträger super drehung körperlich tolle bewegung ausgebild zu spiel in der dd gegen kaufforderung haben wir die spielzeit öfters gesehen auf der trisachen ist gescheitert vom lindern tor wieder 2 auf 1 das ist ein zweiter nicht sehen die eisbälle zu jogen mit dem 4 zu 2 ringsburger haupt die bühne mann und abgefangen von der kohle jogen geht dazwischen und kommt und riechen sein von maxwell nach schluss von wir dackel ist das war eine riesenzeit und hat nicht so gut der kopf bewegt sich auf keinen millimeter von von der kelle für den einfach ganz entspannt und dann das tor für regensburg erst fünf zu zwei nach schluss von geber netz sagt hat die nachentscheidung abgefälscht der schluss der schlittenhunde Auf Trivino, Trivino! Trommel! Die Meisterschaft für die 1-2! Und hier brechen alle Dämme! Auch bei uns, ich entschuldige mich schon mal, wenn euch das Trommelfall rausfliegt. Aber sorry, was sollen wir anders machen? Tobi, das ist unglaublich! 10 Sekunden, Marco! Tobi, ganz kurz, bis es vorbei ist. Herzlichen Dank, SprayTV, für alles die letzten 8 Jahre! Und jetzt ist es vorbei! Er ist der Meister! Das kannst du nicht glauben! Das kannst du nicht glauben! Die Eisbären holen sich den Titel! Genödet es sich nach so einer Saison! Meister der DEL 2! Das gibt es doch nicht!